Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyfactory 2. Moin, ich bin auch mal wieder dabei, wie eigentlich immer, aber... Interessiert keinen. Das merkt ja keiner. Wollt ihr ein Dia bekommen? Nein, natürlich nicht, ey. Interessiert die Leute nur, ob du ein Dia hast oder nicht? Wenn nicht, darfst du wieder gehen. Habe ich den Trank jetzt wirklich an dir vorbeigefahren? Ja, hast du. Oh. Egal. Eigentlich kam der hinten gar nicht an, aber naja. Was willst du anderes machen? Ja, bleibt ja nicht viel übrig. Diese Folge wird wahrscheinlich auch wieder hier so, nur bei den Minizio Essenzen rumchillen. Ja, die sind ja durchaus sehr wichtig. Scheiß drauf, ich lasse den Crop jetzt hier einfach ab, woher... Also ich finde, diese Magical Crops sind vor allem am Anfang ziemlich praktisch. Ja, klar, weil du dir da am besten das alles züchten kannst. Später hast du halt einen Automatic Sieve mit irgendwie... ...zehn Glück-Upgrades oder so. Und da bekommst du sowieso andauernd Diamanten und sonst was. Ja, ja, klar. Ist ja klar. Ja. Passiert war. So, momentan habe ich... Ich glaube, zwei Tin-Essenzen. Hm. Ach, egal. Ähm... Nochmal zurück. Ich sollte meine Axt mal wieder leveln oder so. Hörst du ja zerstört. Eeejo. Jetzt bin ich wieder schuld. Das ist ja wieder mal richtig klar. Das ist so typisch, ey. Du musst dich ja unbedingt sterben lassen. Ich höre auf mit dem Projekt. Sorry. Ja. Ich kann es mir. Du, ich warst. Tschüss. Warte mal. Slash... Ja... Click... All. Was machen jetzt hier diese Overgrowth Seeds? Kannst du mir das mal sagen. Keine Ahnung. Genau. Das habe ich mir auch noch nicht so angeguckt, so. Genau das habe ich erwartet. Da habe ich leider keines... Mhm. Aha. Okay. Cool. Wir haben ja schon viel Weed, Alter. Ja, aber richtig. Ich habe mir jetzt Brote gemacht. Die esse ich jetzt alleine. Jo. Ich gehe mal kurz da hinten zur Party. Moin, Party. Ich möchte gerne Party machen mit euch. Kommt her. Party hat. Ja. Jo. Jo. Oder ist eine Hexe. Die hat sich geheilt. Das finde ich nicht witzig. Wir brauchen mal hier irgendwie... Du hast irgendwie recht, dass wir hinten lieber das Teil brauchen. Den, ähm... Den Hopper. So. Die bräuchten wir hinten eigentlich, ja. Habe ich denn jetzt darauf bekommen? Reinforced 1. Das ist haltbarkeit, wahr? Naja. Aber irgendwie habe ich da ein Modifier Plus bekommen, geschrieben. Hm. Ja, das hatte ich wohl auch und irgendwie habe ich nichts entdeckt. Ich hoffe, dass ich endlich jetzt mal meinen Diamanten dann noch bekomme. Wäre einfach mal so geil. Ja klar, das war jetzt endlich mal der Fortschritt. Warte mal ganz kurz. Zack, zack. Scheiß drauf. Kurs alles einräumen. Hallo? Ich bin wieder da. Hi. Warst du was weg? Was? Ja, ich habe ihm gesagt, ich bin mal kurz weg. Na, Spaß. Ja, ich habe hier gerade so Besuch bekommen und so. Was? Ja. Ich wurde wieder mal verprügelt. Na, Spaß. Ja, ja, mein kleiner Bruder wieder. Na, Spaß. Ja. Ja. Jetzt kannst du hier deine ganzen, äh, deine ganzen Schandtaten zugeben. Ja. Mensch. Ich möchte jetzt fliegen. Ich möchte jetzt einen Diamant haben. Genau jetzt. Jetzt kommt halt. Ich habe, Alter, ich habe einen Diamant bekommen. Ja? Aus dem Ankommen und Lootback. Gib mal bitte. Gib mal. Hast du gerade gesagt, dass ich möchte jetzt einen Diamant haben? Da habe ich dann genau aufgekommen. Geh, 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 geh. Hey, komm. Alter, jetzt pass ich wieder nach. Hoppala. Ich habe schon gesehen. Hoppala. Gib mal bitte. Alter. Danke. Oh, das war knapp. Alter, das war voll creepy, Alter. Du hast gesagt, ich möchte jetzt einen Diamanten haben. Dann mache ich so random die Teile auf und kriege einen Diamanten. Nächstes Mal, wenn ich sage, dass ich Diamanten brauche, sagst du, ich möchte einen Diamanten haben. Dann bekomme ich es wahrscheinlich, wa? Ha. Komm, mach einer auf. Ich möchte gerne eine Zivilgerüstung haben. Ja, easy. Ja. Loot, ich habe einen Löcher. So funktioniert das. Töten. Ich muss töten. Und wisst ihr, was das heißt? Wisst ihr, was das heißt? Wir brauchen Nether Quartz. Haben wir irgendwo Nether Quartz? Ja, haben wir. Boden. Ach hier, ich habe schon. Was brauchen wir noch? Hm, keine Ahnung. Bei Nether Quartz 2. Ich habe wieder Reinforced bekommen. Jetzt habe ich Reinforced 2. Nicht so wie auf der alten Reinforced 6. Ja, okay. Ja, hatte ich aber auch schon. Kriege ich nie wieder. Oh. Du hast mich ja elendlich verrecken lassen. Iiiiih. Ich gucke so, gerade so, die Aufnahme, Testaufnahme. Stehe da so rum. Du sagst so, ey, da kommt ein Creeper. Äh, ein Baby Zombie. Lässt mich da eiskalt verrecken. Hm. Normal. Oh. Ich habe, äh, plus ein Attack bekommen. Wow. Richtiges Klatschen. Hm, ja. Ach, ich weiß, warum das nicht funktioniert hat. Ich brauche ja noch einen Ofen. Kahl, das tötet Menschen. LOL. Alter, ich bin... Alter, was? Ich bin einen halben Schacht hochgeflogen. Simon. Was bist du hochgeflogen? Den halben, äh, Monstersport hier bei der Mobfarm. Den halben Schacht bin ich hochgeflogen. Ich war hier gerade so drin, den Loot holen. Ja, ja. Da kommt so ein Creeper. Das sind wieder deine Hex. Kommt ein Creeper runtergesprungen und wirft mich so den halben Schacht hoch. Ey, guck mal, guck mal, was ich jetzt hier stehen habe. Äh. Tschüss. Ey, guck mal, wie viel das produziert. Ah, 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 ah. Guck mal, wie viel. Guck mal, wie viel einfach pro Tick. Ja, okay. Hab ich gesagt, dass es zu viel ist? Für den Anfang ist mega nice. Das ist zu viel für den Anfang. Mach mal wieder weg. Ja, okay. Zu viel dürfen wir nicht haben. Das sieht aus, als ob wir cheaten würden. Nein, Spaß. Ich weiß. Hammergeil, endlich. Damit sollten wir eigentlich dieses Automatic Sieve schon betätigen können. Und wenn nicht. Ich baue mal erstmal diesen Automatic Hammer, ja? Äh, ja, genau. Dann legt es das schon mal. Du kannst doch schon mal ein bisschen hammeren. Soll ich mal ein paar Dingens aufmachen? Alter, ist Raiden am schon wieder. Oh, du hast wieder Leptun beledigt. Ja, du hast dich von mir beleidigt. Beledigt hast du gerade gesagt. Aha. Mal gucken. Ach, Darksteel brauchen wir für den Automatic Hammer. Okay, ich habe gerade nur Schrott bekommen aus den Lootbacks. Letzter Lootback. Auch wieder nur Schrott. Aber kann ich hier einschmelzen. Zack, zack. Äh, was kann ich noch einschmelzen? Das. Und die zwei Eisenschwerte auch. Kann ich auch dieses Taumig-Sword einschmelzen? Nee. Nee. Dachte auch erst, aber leider nicht. Hm. Eigentlich könnten wir das... Iron Horse Armor kann ich einschmelzen. Ja, ja, erlaube ich dem. Und die Eisenschwerte machen so tolles. Alter, der ist ja nicht gerade billig. Denkst du denn? Redstone. Bild. Und, achso, Eisen. Zack, zack. Hier rein. Bögen. Ich habe einen Kompass bekommen. Schon wieder. Jetzt machen wir mal noch einen Slot. Ich habe wieder zwei Slots freigeschaltet. Jetzt ist es lohnt sich erst später. Aber trotzdem. Habe ich jetzt schon. Ich will ja nicht mehr sterben jetzt. Ich habe mir ja groß vorgenommen, nicht mehr zu sterben. Wenn der jetzt die Wette in den Kommentaren abschließt, wie oft der noch sterben wird. Na, null mal. Genau. Was? Nix. Dass du jetzt stirbst oder was? Ja. Mach. Habe ich mir beinahe gedacht. So. Wie teuer... Hast du jetzt eigentlich schon mal vorgehabt, den Grinder oder so zu bauen? Nee, erst mal wird jetzt der Alloy Smelter gebaut. Alter, ich habe jetzt gerade keinen Upbreak bekommen für die Headshot, wa? Das nervt jetzt schon ein bisschen hart. Ja, okay. Ist okay. Reicht langsam. Das nervt. Ich gebe hier voll die Mühe. Kannst du mal bitte wieder Neptun oder so beruhigen? Ja, dann geh doch mal ab. Oder warte, ich geh mal ab. Ist ja dunkel, dann halt auch auf zu regnen. Ich geh mal schlafen. Ja, mach ich gerade einfach. Wenn ich mal nicht an die Kiste geben würde, sondern ins Presse. Ja. Geht dooooch. Es liegt an der Kiste. Wow. Wir haben ja auch schön alles zugebaut, also muss man ja mal so sagen. Mhm. Haben wir schon gemacht. Kein Creeper. Danke. 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 Komm mal, ich habe Kopper vergessen. Brauche hier noch Kopper. Kopja. Koperos. Kopernikus. Ja, so nennt man mich auch. also nicht dass ich wüsste doch das wäre mir jetzt neu aber naja aber ich ich mich ja auch cool wir haben kein plasmus mir mangels an kabel wirklich wirklich ich habe sharpness 3 bekommen buch jetzt gar nicht mal so gut wir haben den herr hat mir hier nicht mal irgendwo ob sie die jahren ach da wir schon 18 mal ob sie die jahren war schon eine menge und zweimal da kommt dreimal man bekommt was bekommt er jetzt hier kein wahrscheinlich falsch angeschlossen weil ich schon hier und eben gebaut ja wahrscheinlich hast du die öffnung warte mal jetzt bist du raus auslösen alter ich verstehe ja redstone mode polpa push der pull ich habe ihn eingestellt ja geht er jetzt warte mal ich muss nur er hat ja gerade gezogen ich habe den noch gerade eingestellt ender der hat jetzt eigentlich gezogen der jetzt 3000 rf jetzt der zieht doch 4000 hat er jetzt weil er zieht irgendwie voll wenig 4100 hat er jetzt warte mal muss er jetzt hier eigentlich nur pull reintun oder ja pull muss ich nur reinhauen und jetzt was machst du da hör mal auf das muss pull ok sonst zieht aber ja nicht das eigentlich sieht das so regelmäßiger weißt du ein bisschen merkwürdig vielleicht ist es doch jetzt jetzt guck mal eben was jetzt sieht irgendwie nur ein bisschen vielleicht steht der solar generator doof das doch jetzt eben wieder so viel auf einmal jetzt sieht nur ein kleines bisschen vermerkwürdig oder dabei ist hier ja komplett die energie voll keine ahnung egal kann man nichts gegen machen ich muss mal meine hatchet reparieren diese holzfaden nervt hier gerade schon ein bisschen hart war ja die müssen wir auch mal verlegen ich werde gerade angerufen klingt sehr schön egal die aufnahme ist sowieso jetzt vorbei kann ich gucken was der mongo von mir will ja wir haben jetzt was haben wir jetzt ein fern ist ein alloy smelter genau und ein solar generator ich brauche halt dieses aktil für dieses automatics automatic camera und wenn ich damit dark boots einschmelze dann bekomme ich vier dark steel glaube ich ich raus ok irgendwie zieht er trotzdem noch viel zu wenig naja ich verstehe nicht warum weil guck mal die energie ist ja da ja wahrscheinlich musst du ihn mit einem cable verbinden ja dann geht es wahrscheinlich besser oder der ist einfach zu low dafür ja ich kann ja mal gucken ja egal also wenn es euch gefallen hat lasst einen daumen nach oben da genau und bis zum nächsten mal bis zur nächsten folge haut rein genau tschö 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 tschö